Fotos in Lightroom mit nur einem Klick bearbeiten. Das denkst du jetzt unrealistisch? Na dann warte mal ab. Ich setze noch einen drauf und zeige, ich brauche für die 10 Urlaubsbilder nicht mal eine Minute. Und naja, dass ich da jetzt nicht mit dem Preset ankomme, das soll dir hoffentlich klar sein. Ja, ich will jetzt gar nicht lange rumlabern. Herzlich willkommen zu dem Video. Hier ist der Christoph. Und ich lege jetzt einfach mal los, würde ich sagen. Ich zeige dir jetzt, wie ich hier nicht mal eine Minute diese ganzen Urlaubsshots aus Florida der Reihe nach einfach durchbearbeite. Timer lasse ich und mitlaufen zur Kontrolle. Und ich würde sagen, auf los geht es los. Top. Achso, ne. Los muss ich ja sagen, dann geht es nicht. Ja, los. Ich fange einfach mal mit dem Bild an. D für Develop. Und alles, was ich mache, ist, ich klicke auf Automatisch und lasse Lightroom das für mich entwickeln. Ich habe zwei Automatiken. Auch hier automatisch. Oh, zwei Klicks. Naja, okay, dann ändere ich vielleicht den Titel ab. Aber jetzt geht auf jeden Fall mega schnell. Automatisch. Und schon ist auch das wieder fertig. Grid zurück. Auch hier. Develop. Automatisch. Grid. Zurück. Develop. Automatisch. Wenn mir das Lighting nicht gefällt, dann zeige ich halt, hey, da war es bewölkt. Und schon schaut es besser aus. Das nächste. D. Develop. Automatisch. Grid. Zurück. Oder Moment. Da gehe ich sogar nochmal rein und sage. Tageslicht. Grid. Zurück. Develop. Automatisch. Fertig. Nächstes. Develop. Automatisch. Und so bin ich eigentlich schon über der Zeit. Fuck. Ach komm, ey. Ja, aber du siehst, es geht halt ultra schnell. Du musst einfach, okay, eine Minute ist halt auch mega schnell vorbei. Also jetzt mal ganz ehrlich, eine Minute. Ja, okay, ich habe mich etwas. Sei mir nicht böse, ich habe mich etwas überschätzt. Vielleicht war auch so ein bisschen, naja, nee. Aber schau mal, selbst dafür zeige ich das noch ein schwieriges. Weil du vielleicht sagst, das sind ja alles einfache Bilder. Da musst du ja nicht viel machen. Na, also das hier war zum Beispiel schon mal nicht einfach. Ähm, auch hier könnte es jetzt noch hergehen und sagen, nicht wie Aufnahme, sondern vielleicht, äh, Tageslicht. Oder, oder, oder. Ähm, um dann noch eine schönere Stimmung hinzubekommen. Ähm, aber sowas zum Beispiel ist nicht einfach, ja. Also es geht auch bei nicht einfachen Bildern. Ich klicke auf automatisch. Dann ist es schon mal richtig belichtet. Dann klicke ich hier noch auf automatisch. Und dann ist das hier schon mal beglichen. Zwei Klicks, ja. Also, ähm, ja, ich nehme das zurück mit einem Klick. Das war vielleicht ein bisschen viel. Und auch das mit einer Minute. Jetzt sind wir halt auf zwei Minuten. Ähm, aber ich hätte es durchgezogen, wenn ich da nicht noch hätte erklären müssen. Und immer hier mit, äh, Grid zurück. Wenn ich beide Hände frei gehabt hätte. Einfach mit der Maus hier. Ähm, mit der, mit der Pfeiltaste. Naja, du weißt schon, was ich mal hin und her steuern konnte. Ähm, auch hier. Na. Automatisch. Boom. Boom. Und dann gibt es hier sogar auch noch einen Automatikknopf. Boom. Um das Ganze auch gerade am Horizont auszurichten. So. Jetzt will ich aber nichts mehr hören. Das waren doch jetzt echt mal. Ähm, hier zehn Bilder innerhalb von Sekunden. Wenn du jetzt sagst, naja, aber so, hm, so ein bisschen was schieben, ne. Hier vielleicht noch die, die Tiefen wieder ein bisschen zurück. Hey, dafür habe ich auch Tutorials. Ähm, klick dich da gerne mal durch. Ich habe einen YouTube-Kanal voll mit allen möglichen Videos zu Lightroom, Photoshop, Bildentwicklung und so weiter. Ähm, aber hier würde ich jetzt sagen, gehe ich einfach her, ziehe die Tiefen wieder so ein bisschen zurück. Ja, dass es einfach so ein bisschen dunkler wird. Und mache natürlich auch hier noch den Winkel auf Automatisch. Fertig. Und da musst du jetzt halt wirklich kein Bildbearbeitung-Genie sein. Du musst hier kein großer Könner sein, ähm, sondern du musst einfach nur auf Automatisch klicken können. Und hast dann Bilder, die, ich gehe nochmal rein, Develop, zurücksetzen, die natürlich besser ausschauen. Keine Frage. Ja, also ist ja kein Bild jetzt dabei, was irgendwie danach schlechter ausschaut. Wenn ich mir das anschaue, die sind ja alle top. Zurücksetzen. So was vorher, lame, grün, blau, scheiße, dürfen wir das sagen. Und jetzt ist es so, jetzt schaut es nach einem sommerlichen Schuss aus, genauso wie es war dort unten in Florida. Also, klick dich durch, benutze, wenn du keinen Bock hast, hier viel rumzumachen, wenn du keinen Bock hast, viel Regler zu schieben, lange zu brauchen. Einfach das Automatikwerkzeug. Das war's. Ciao. Also, ich bin ja auch immer noch, ich bin ja auch immer noch, ich bin ja auch immer noch. Ich bin ja auch immer noch, ich bin ja auch immer noch mal. Ich bin ja auch immer noch, ich bin ja auch immer noch. Ich bin ja auch immer noch, ich bin ja auch immer noch. Ich bin ja auch immer noch, ich bin ja auch immer noch, ich bin ja auch immer noch.